Es sind die vier großen Fragen der Menschheit. Was ist der Mensch? Was macht ihn aus? Und wer gibt ihm Wert? Was können wir wissen? Gibt es nur die eine Wahrheit oder ist Wahrheit relativ? Was sollen wir tun? Gibt es Gut und Böse, richtig oder falsch? Und was dürfen wir hoffen? Glauben alle Religionen dasselbe? Die Professoren John Lennox und David Gooding suchen nach Antworten in den verschiedenen Weltanschauungen. Dabei fragen sie immer wieder, ob die Wahrheit der Bibel im Vergleich mit den Weltanschauungen standhält. Die Suche nach Wirklichkeit und Bedeutung, Band 1 bis 4. Jetzt erhältlich in Ihren christlichen Bücherstuben.